Im 21. Jahrhundert wird sich alles verändern und wir müssen bereit sein. Wer seid ihr? Torchwood. Wen? Torchwood. Unabhängig von Regierung und Polizei. Onhapa, Gwen Cooper, Toshiko Sato, Susi Costello. Und das ist Yanto Jones. Wer bist du? Captain Jack Harkness. Ja. Ihr fangt Außerirdische beruflich? Stimmt genau. Waren Ute darunter? Ohne Ende. Ist ja ein krasser Job. Allerdings.